Also die Bremsen gehen schon mal super. Wir haben hier bei Coratec eins der steifsten Rohrsätze auf dem Weltmarkt. Das heißt, Coratec hat sich was einfallen lassen. Und zwar haben die in dem Rohrsatz einfach ein Zwischenrohr gelegt, um einfach dieses Schwerpunktthema Steifigkeit zu perfektionieren. Und da kann man sagen, steifster Tiefeinsteiger auf dem Markt. Also ich finde es phänomenal. Man kann das Ding auch super ohne Motor fahren. Hut ab, haben die wirklich ein geiles Rad produziert. Top!